ja wie das mal der werkstatt heute um elf habe ich ein riesen paket bekommen und sie war da meine neue hobelmaschine die von der firma holzmann holzmann hob 305 pro seit 11 uhr wir haben es jetzt halb acht bin ich mit dem ding beschäftigt das jetzt positiv oder negativ zu werden ist sei dahingestellt sie kamen super verpackt also in einem riesen holzkarton holzkarton aus dem holzkasten super verpackt zwar alles vor verwackelung und es war also gut transport gesichert sagen wir so ja und ich habe bis jetzt gerade eben zusammengebaut eingestellt noch mal eingestellt meinen nachbarn dazu gerufen und noch mal eingestellt also sie ist so gut wie fertig vormontiert das einzige was man dran machen muss ist der anschlag der anschlag muss dran die absaughauben muss man anschrauben und bei bedarf wenn man sie gekauft hat die langlochbohrvorrichtung die ich habe also muss ich mich damit auch beschäftigen vielleicht so lange gedauert und jetzt möchte ich euch gerne ein bisschen was über die maschine zeigen ich habe auch schon mit ihr kurz gearbeitet ich habe mein stück abgerichtet und ein bisschen gehobelt das ist ein super hobelbild zeige ich euch was schwierig war die ganzen oberflächen waren mit einem ja ich möchte nicht ich schätze mal antio ost oder irgendwas war da drauf eine richtig dicke schicht die runter zu kriegen war gar nicht so einfach mit meinem holzgleit ging das ohne probleme konnte ich einsprühen abwischen als erstes habe ich erst mit tapentin versucht nichts zu machen das pickt und klebt wie scheiße wie honig aber mit meinem holzgleit ging das dann gut ab Gott sei dank ja da steht sie jetzt ihr könnt sie noch nicht sehen aber ich persönlich bin begeistert bis jetzt was ich so sehe und ausprobiert habe es hat auch negative momente gegeben wo ich gedacht die ganze scheiße so an die wand hauen und zurück nach österreich aber alles gut gegangen ja nicht lange drum herum reden ich zeige sie euch ich werde euch meine eindrücke schildern ich werde euch zeigen was nicht gut gelaufen ist und was eigentlich von anhieb sehr gut war ich stelle ich mal rum es hieß ja dass holzmann ja wie soll ich sagen so eine non-nehm firma ist ja das kann gut sein aber was heute gekommen ist in dem vergleich von den ganzen maschinen die ich hatte oder kannte aus großen tischlereien ist sie wirklich nicht schlecht man kann nicht sagen dass sie schlecht ist viele grundeinstellungen muss man vornehmen also es kommt nicht alles picobello eingestellt das einzige was wirklich optimal sehr gut eingestellt ist das messer also die vier messer wir haben vier messer in der welle die sind perfekt eingestellt auch mit dem abgabe tisch alles perfekt annahmetisch das stimmte also das war vom werk schon sehr gut eingestellt am meisten ärger hat der vogel hier gemacht die langen loch vorrichtung die musste ja einmal so rechtwinklig zum bohrfutter stehen und natürlich musste der tisch auch so gerade vom bohrfutter stehen sonst wäre das nicht so gut ja der bohrtisch selber sehr stabiles robustes stück wiegt 30 kilo alleine ich glaube 25 paket also das paket wog 30 aber nur der tisch 25 kilo es ist kein guss es ist richtig was stabiles er macht einen sehr stabilen eindruck er hat kein spielen in bewegung also wenn ich daran rumreißen hat man da kein wackelspiel die führung nach ölen und wieder entfetten und neu fetten und reinigen läuft einwandfrei genauso wie in dieser richtung also der kreuz tisch macht schon was her muss ich sagen da kann man nichts zu sagen diese verlängerung kann man alle abnehmen also das ist auch gedacht so stören die nachher nicht mehr wenn man dann an den tisch also den tisch dran lässt und dran herum drum herum laufen das finde ich schon mal sehr gut dasselbe ist auch mit dem höhenrad also wenn ich den tisch rauf und runter drehen kann ich das ratten entfernen und ist somit aus meinem arbeitsbereich weg also ich kann es wirklich minimieren so dass nur noch der nackte tisch nachher da hängt zusätzlich kann ich hier was auch ein sehr stabilen und sehr guten eindruck macht das festklemmen modul möchte ich es nennen zum holz festklemmen ist auch sehr robust auch den stab kann ich hier raus drehen somit habe ich diese ganzen überstehenden metallstücke die über die fläche stehen kann ich also entfernen wenn ich sie brauche wieder dran schrauben ja das fand ich schon mal sehr gut so habe ich hier eine freie fläche habe wenig was drüber hinaus steht es ist auch alles sehr leicht sehr schnell wieder montiert das ist alles wirklich voll da ist nichts hohles das ist wirklich metall möchte ich sagen mit dem gewinde dran hier ein gusseisernes klemmen teil und auch das macht noch einen stabilen eindruck ich kann euch nicht sagen wie lange das hält vielleicht wenn ich drei viermal stück richtig einspanne bricht da irgendwas weg aber ich glaube nicht auch das macht einen sehr guten robusten eindruck also bis jetzt kann ich an dem langen loch bohrer oder vorrichtung nichts negatives sagen man kann ihn wirklich mit diesen beiden rädern halt auch von dem ganzen bohrmechanismus blockieren und einstellen dass man wirklich sagen kann wie weit er bohren soll das geht perfekt alles gut genauso wie in der tiefe und weiter kann ich ihn hier mit dem rad halt dementsprechend tiefen blockieren und ihm sagen wie weit er bohren soll das macht alles einen sehr robusten eindruck ich zeige euch das noch mal von vorne von oben drauf könnte es noch mal sehen hier sind also die beiden führung schienen habe ich frisch eingefettet dann geht es nach da drüben da unten ist das rad für wurde die welle um die höhe zu regulieren hier vernünftig fixiert mit abstandshalter so dass man es auch noch einstellen kann das ging sehr gut da war mein nachbar dazu geholt weil das ding halt auch von 30 kilo wiegt oder 25 besser gesagt daher macht ein sehr robusten eindruck das ist schon mal positiv finde ich weil das sehr schön hier vorne eine anlegekante ist vorhanden ich kann wirklich anlegen und dann halt bohren ja kommen wir zum bohrfutter bei dem bohrfutter war das erste mal wo ich sagte da stimmt was nicht da ruft bei holzmann an habe ich kontakt mit firma holzmann aufgenommen ich zeige euch das dafür muss ich eben was abschrauben weil ich da noch was dran verändert haben werde euch gleich erzählen warum das bohrfutter befindet sich oder befand sich nicht hinter dieser kappe also es war noch nicht vormontiert ich hole ein bisschen ran weil wie gesagt das ist ein zusatz teil was man kaufen kann und wird bei der nackten maschine nicht mitgeliefert nur wenn man sich den tisch dazu bestellt da ist es ganz normales 16er futter also 16 mm einspannbar und da war jetzt mein problem ich hatte das futter in der hand und ich kenne so bohrfutter die werden drauf gesteckt und dann von innen mit einer schraube an dem dorn fixiert das war hier nicht der fall ich dachte erst hin da fehlt eine schraube was ich aber dann vermisst habe war das gewinne in der welle das war nämlich auch nicht da da stimmt irgendwas nicht haben die mir die falsche welle eingebaut die wussten ja eigentlich gleich dass ich das damit haben möchte erster anruf bei holzmann ja er ist eine junge frau dran ja die war dann wohl zu blöd mich durchzustellen auf einmal war das gespräch weg wieder angerufen sagt das war meine schuld also sehr nette frau am telefon und hat mich dann mit einem service menschen verbunden der wusste gleich worum es geht ja welches bohrfutter haben sie es gibt drei varianten ich sage ich habe hier die welle die läuft konisch zu und da habe ich ein futter dazu und ich kenne dass das futter von innen mit einer schraube gesichert wird er sagt ja es gibt drei verschiedene modelle wenn sie das konisch zu laufende modell haben wird das futter nur draufgeschlagen draufgeschlagen dann das soll halten sollte den dorn einfetten und damit gummihammer kräftig draufschlagen das kann ja nicht gut sein für die hoge welle das kann ja nicht gut damit diese schläge kriegt nein das wäre normal alles gut okay getan gemacht und es ist wirklich bombastisch ohne sicherungsschraube und alles ja und somit ist das futter drauf das futter soll eigentlich so frei hier hängen ja das finde ich das ist wieder negativ punkt an dieser maschine wenn ich gleich umbauen hobeln möchte da auf der seite könnt ihr sehen ist der an und aus knopf an und aus wenn ich jetzt beim hobeln ein problem habe und schnell die maschine aufschalten muss und den langen lochbohr vorrichtung da habe dreht sich das ding ja mit die gefahr ist also sehr groß dass ich da mit einem plover hängen bleibe oder wenn ich was langärmliches an habe ja das war erst ein negativer punkt gesagt das geht so ja gar nicht ja und da habe ich gesagt das ist schon mal scheiße da sagte der von holzmann dafür haben sie ja die schutzkappe wenn man dieses ding was ich gerade abgeschraubt habe man kann bloß wenn man die kappe drauf schraubt und abschraubt an das futter nicht ran das heißt ich muss jedes mal diese pimmeligen schrauben rausdrehen da die sicherlich dafür auch nicht gemacht sind 500 mal rein und raus gedreht zu werden habe ich mir was anderes überlegt und das war die erste änderung bei dieser maschine die ich gemacht habe ich habe mir danach da oben ein loch eingebohrt aus die maus ich will nicht in dauerung diesen schutz abbauen dann kennt man das oh gott ich muss eben schnell was bohren und dann ich muss noch schnell die seite abrichten und zack richtet man ab ohne diesen schutz und greift dann genau in dem moment zum knopf und sitzt mit dem ärmel im futter das wollte ich nicht riskieren darum habe ich da loch eingebohrt so dass ich jetzt mit dem schlüssel dadurch kann und kann also ohne die kappe abnehmen zu müssen das futter bedienen das war mir eigentlich schon recht wichtig so kannte ich das von anderen maschinen dass die kappe um das futter sitzt und mit einem loch man die möglichkeit hat das futter zu bedienen das fehlte hier oder es war nicht da ich weiß es nicht jetzt habe ich es nachträglich eingebohrt das habe ich einfach zu meiner sicherheit gemacht denn wenn hier ein bohrfutter sich dreht ich mach es mal kurz an das glaube ich nicht so schön wenn man dann in der hektik mal zum knopf drückt und dann mit dem flofer an dem futter hängen bleibt ja darum habe ich das loch dann eingeschnitten und jetzt kommt man an das bohrfutter eigentlich nicht mehr so schnell ran außer ich stecke jetzt den finger in das loch aber das wäre ja dann auch ganz schön blöd ja das war das erste negativ wie positiv erlebnis der mann bei holzmann hat mir sofort prompt geholfen der wusste gleich worum es geht ja das futter könnte so draufschlagen also positiv auch super nett nicht genervt oder so das fand ich schon mal sehr gut also auch das service sofort zu erreichen also ich musste nicht 500 mal irgendwo anrufen oder mich durchstellen lassen das klappte auch das war schon mal ein positiver eindruck von firma holzmann wenn man was von dem service möchte das war gar kein problem ja jetzt seht ihr jetzt kommt man dann nicht mehr dran an das drehende futter ich kann es trotzdem von oben öffnen und fließen und ich glaube das war ein sinnvolles loch wenn ihr euch die kauft bohrt euch da so ein loch ein ja vielleicht sieht er irgendjemand davon holzmann und übernimmt das vielleicht den rest der maschine an jetzt fällt schon auf was auch nicht so gut ist was ich gerade schon mal so kurz angesprochen habe hier die schalter wenn man wenig den langen loch die langen loch vor richtung hat ist das mit dem aus knopf auch schon schwierig ja wenn der tisch davor steht da muss man sich schon ein bisschen dran gewöhnen zusätzlich muss ich aber auch sagen auf der rückseite auf der maschine könnte jetzt nicht sehen ist noch ein notknopf also ich kann auch schon hier von dieser seite die maschine stocken ein notknopf bedeutet für mich aber dass das nicht ein regelknopf ist sondern nur in einer notsituation benutzt werden sollte darum möchte ich den nicht nur benutzen um die maschine auszuschalten ich weiß ja auch nicht was elektrisch darin passiert wenn man den notknopf drückt das ist ein bisschen blöd gemacht muss ich ehrlich sagen wenn man den lang noch bohrer hat das ein bisschen nervig okay aber ich weiß noch nicht das ist vielleicht auch nur so eine gebrauchssituation wenn man sich daran gewöhnt hat ist das auch in ordnung wie gesagt dass ihr kann alles abgebaut werden damit man den ganzen platz nicht so verbraucht oder platz hat kommen wir zum abrichter selber die abricht platte ist wirklich ein robustes stück metall also das ist jetzt kein billig scheiß möchte ich sagen auch wenn die maschine vielleicht im ausland gefertigt wird ist es eine sehr robuste arbeitsplatte ja man hört schon die kann nicht dünn sein aber ich habe noch nicht gemessen können wir machen und sie ist 14 mm 14 mm nur die platte hier das ist schon nicht wenig 14 mm ist das überhaupt also die platte jetzt ohne dem rand ist 14 mm das ist schon nicht wenig ja also schon nicht schlecht hätte ich nicht mit erwartet was hat denn hier unser tisch hier kommt nicht darunter ja und der ist jetzt nur 10 10 mm die fläche von der dicke aber 10 mm dickes ja es ist der stahl oder kurz ist glaube ich schon nicht schlecht total am schwitzen das ist eine hitze hier 34 grad draußen gehabt heute ja warum habe ich mich für diese entschieden und nicht für die 31 sondern für die 35 diese 35 hat einem ein besonderes angebot von holzmann was keine andere so hat ich zeige euch was und zwar war das für mich wichtig vielleicht für viele auch wichtig aus platzgründen der anschlag wird hier vorne geführt ich habe somit hier hinten führe ich den ganzen parallel anschlag er läuft hier vorne über die schiene das heißt ich habe ich hier hinten keine lange stange das wäre ja noch mal 31 cm über die maschine weg schon hätte ich wieder ein platzproblem und daher habe ich mich auch so ein bisschen in diese maschine verguckt weil der parallel anschlag hier vorne geführt wird und somit nicht nach hinten eine ausladung hat ja auch das war vormontiert also zumindest die stange den rest muss sich selber drunter machen aber ich habe ihn montiert ihr seht mich ja gar nicht ich habe das ganze montiert und siehe da ich habe hier den winkel dran gehalten es war recht winkelig also da kann ich wirklich nichts zu sagen die vormontage ist 1a gewesen oder was das gewesen ist immer noch und der stimmt ja der stimmt optimal die höhe des anschlages ist bemerkenswert ist auch nicht wenig sind 16 cm anschlag so richtig robust also kann ich mal so rum reißen das ist schon eine stabile sache wenn ihr euch da mal anguckt das sind keine kleinen pimmels schrauben die das hier halten das sind schon vernünftige schrauben drüber hinaus was ich auch sehr gut finde ich kann diesen anschlag auch noch nach da und da verschieben also ich brauche hier bloß zwei schrauben lösen kann mit dem anschlag auch nach da verschieben ja auch das fand ich echt genial das ging nämlich bei der anderen maschine nicht ich kann wirklich festlegen wo er hier laufen soll das nächste was mir an dem parallelanschlag sehr gut gefällt ist die länge wir haben hier beim abrichter eine arbeitslänge wo ist mein zollstock immer alles weg wir haben hier eine tischlänge von da könnt ihr sehen 1 meter 52 also das ist schon eine ganz schöne arbeitslänge der anschlag dazu hat eine länge von einem meter und das nenne ich mal einen stabilen anschlag ja das muss ich echt mal so sagen lässt sich auf 45 grad kippen ne noch mehr sogar ne 45 grad und das kennt man ja von allen anderen anschlägen auch und von daher alles gut auch hier wackelt nix zappelt nix rappelt nix ist auch immer wichtig von daher ist der anschlag top genau so habe ich es mir vorgestellt und darum wollte ich nicht die 31er haben das macht geltlich nicht viel aus ich glaube das waren bis 200 euro aber der anschlag der wird hier hinten geführt ich habe nichts was nach hinten raus schlägt ich verliere nicht an tiefe wer eine kleine werkstatt hat kennt und weiß der problematik ja wir haben hier unser messerschutz unsere abdeckung ist ganz normale messerbrücke das gefällt mir zum beispiel nicht man kann sie hier so raus ziehen ja das ist kacke da werde ich hier noch eine niete rein machen damit sie mir da nicht weg fällt und da auch noch eine niete damit sie nach da nicht wegrutschen kann wenn die da raus rutscht ist scheiße ich glaube die fällt bis 2-3 mal auf die kante dann wird sie schrott sein weil hier haben die so einen kunststoffdeckel rein gepackt sonst ist das alles alu aber ich glaube wenn der runter fällt ist der deckel wahrscheinlich dann kaputt da werde ich noch eine niete rein machen und hier damit sie da nicht raus fällt ja dann höhenverstellbar das funktioniert eigentlich auch recht gut ich sag ja auch nur recht die feder ist ziemlich stramm da drin und dann muss man das erst runter drücken und dann kommt der anschlag auch durch den federdruck nach oben ja die feder ist ziemlich stramm aber das ist irgendwie noch nicht so ganz wie es sein soll vielleicht muss ich das auch erst einspielen ja wir haben unseren typischen messerschutz der hier seitlich geführt wird den man auf höhe einstellen kann runter geht es ideal und ihr sehen geht es so runter bloß beim rauf da macht die feder glaube ich da ja das kommt so langsam ich glaube das muss ich auch erst einlaufen so ein bisschen das möchte ich noch nicht als groß negativ betrachten ja ja das ist der messerschutz kommen wir jetzt zum umbau der maschine zum dicken hubel ne sind wir noch nicht fertig da kann man sehen wie viel millimeter sie abnimmt sie kann 4 mm abnehmen und das macht sie sogar recht gut also da war ich selbst sehr begeistert wo stelle ich das ein ich muss dafür hier unten die tisch verriegelung lösen so und dann habe ich auf der anderen seite ein drehrad und kann damit jetzt den tisch rauf oder runter fahren ist auch sehr gut gelöst man darf halt bloß nicht vergessen den hämel zu lösen und das finde ich wieder ein bisschen das kann wohl passieren dass man das vergisst ne ja sonst so das zum abrichter selbst wir können nochmal aus dem messer gucken von oben wir haben hier eine vier schneidige wehle drin so sieht es aus sind leider keine einweg messer gibt es für dieses modell auch nicht die habe ich immer sehr geliebt für mein vorgängermodell die waren immer neu ich konnte immer dieselbe einstellung benutzen jetzt heißt es jedes mal einstellen aber auch dafür Hut ab für holzmann dann haben die wie sie es gehört vernünftige einstelllehre mitgeschickt finde ich sehr gut da seht ihr sie mal so das legt man auf die welle und das ist ein millimeter natürlich steht das dann aus der welle raus man kann das schön auflegen auf die welle und in dem mittelpunkt da muss das messer aufliegen ist verschiebbar habe ich finde ich eine richtig gute lösung Hut ab und ich kann dann später auch was danach ja noch sein muss muss ich den tisch mit der welle auf eine flucht bringen und das kann ich auch indem ich diese einstelllehre einfach drauf stelle also aus dem messer und auf den tisch und kann so kontrollieren ob der tisch auf einer höhe mit dem messer ist sehr schöne einstelllehre muss ich sagen was war noch dabei hier für die sicherheit ein bisschen was so ein schiebeholz wenn ich kleinere stücke abrichten muss kann ich das auflegen hier ist eine kante dran und ich kann so das werkstück abrichten fand ich auch sehr gut auch nicht selbstverständlich ja das so zum abrichter bauen wir die ganze schose mal um geht auch recht schnell sind aber mehr handgriffe als über der elektra bäckung aber es macht spaß als erstes der anschlag muss ab muss ich auch erstmal alles irgendwie ein bisschen einlaufen kann ich da so abziehen der ist nicht leicht ich weiß nicht was der wiegt aber ich schätze mal so sechs bis acht kilo bestimmt wirklich robustes teil dann haben wir die maschine erstmal hier vom anschlag entfernt der messerschutz muss weg und das ist jetzt die sache warum hier unbedingt noch eine schraube rein muss oder eine niete weil ich drehe den messer also den messerschutz komplett zur seite bis jetzt alles noch kein problem wenn er fest ist bleibt er auch sitzen bloß wenn ich jetzt die schraube hier löse ich drehe mich mal ein bisschen jetzt sitzt er noch fest habe ich den messerschutz aber jetzt lose zeige ich euch und ich jetzt den tisch wegklappe würde das ding mir rausfallen also ich löse den ersten tisch klappt den hoch und spätestens jetzt würde ich das ding nach unten sause auf den grund klatschen und das macht die plastiklecke glaube ich nicht lange mit darum muss ich da noch unbedingt zwei nieten rein machen also das gefällt mir auch noch nicht die platte selbst ist sehr 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 dick habe ich ja gesagt 14 mm habe ich gerade gemessen das sieht man hier auch ganz schön wenn wir mal seitlich drauf gucken ist das da nicht wenig ja gut und sie ist verriegelt sie kann also nicht von der leine zurück fallen hier gibt es also so nussi den man hochziehen muss um sie zurückklappen zu können auch da ziemlich gut so ein bisschen sicherheitstechnisch gedacht ja erste klappe zweite lösen wir hier unten wieder den Verschluss können dann die zweite Seite hochklappen und eigentlich ist jetzt schon alles umgebaut nicht ganz aber fast jetzt die Spanhaube rüberklappen die Rasse darf fest ein ist Plastik das ist ein bisschen was ich ärgerlich finde und ich muss den Schlauch anstecken ja ja schon kann ich hobeln Schlauch natürlich ein bisschen zur Seite jetzt kommt das zweite was mich nervt dieses hier ja ein bisschen flatterig halt ist Plastik und was ich überhaupt nicht verstanden habe hier saugt man jetzt ab und wie ihr seht hier ich zeige euch das eben hier ist so eine Plastiklippe dran ja so hier so ein ja Plastiklippe halt die Funktion ist mir schon klar wenn ich die jetzt also zurückklappe liegt sie jetzt also auf dem Hobeltisch auf und sorgt dafür dass wir eine gute Absaugmöglichkeit haben dass wir also einen geschlossenen Raum bekommen so dass die Absaugung die beste Leistung bringen kann ja also diese Gummilippe deckt nach unten hin den Raum ab und hier ermöglicht dann halt eine bessere Absaugung das war hier auch dran da ist sie die Gummilippe hier die saß da so vor so so und die klappt jetzt natürlich nach unten und sollte wieder nach unten hin den Hobeltisch abdecken so dass die Absaugqualität besser ist ja ist ja gut durchdacht jetzt kommt aber der Nachteil die Klappe und jetzt müsst ihr dran denken das Ding hängt hier wie soll das gehen Holzmann wie soll das gehen wie soll ich da jetzt mal einen Schlauch drauf bringen ja das passt nicht guckt euch das an da funktioniert nicht Kacke das ist wieder ein Teil ja was nicht sein müsste ja da sollte man nochmal drüber nachdenken was das dann soll wenn es sowieso nicht geht ja soviel dazu das fand ich auch ein bisschen ja ein bisschen negativ aufstoßend wir machen dieses Ding da dran in der Hoffnung dass es bessere Absaugt der Gedanke ist ja wunderbar wir können uns das ja mal angucken ich zeig es euch gleich mal von der anderen Seite ich kurze mal ganz kurz den Tisch ein bisschen höher so jetzt könnt ihr die Funktion der Klappe sehen ich nehme nochmal kurz hier mit da wenn ihr jetzt guckt da liegt die Klappe seht ihr das liegt genau da auch und macht also da den Saugraum möchte ich sagen kleiner das sollte sicherlich auch auf der anderen Seite so sein aber das funktioniert leider nicht dann kriege ich den Schlauch nicht mehr drauf fürs Absaugen ne ja kein großartiges Problem glaube ich aber es halt blöd weil irgendwas haben sie sich dabei gedacht aber nicht irgendwie richtig zu Ende gedacht das ist auch so ein Punkt den ich nicht so gut finde dieses Plastikding aber es scheint sehr stabil zu sein außer dass es so rappelt es rappelt aber nicht während die Maschine läuft das ist ja auch noch es ist auch mit zwei richtig dicken vernünftigen Schrauben fest ich bin gespannt wie lange das hält ja hier sehen wir die Welle nochmal da mit vier Messern drin sehr gute Hobel Qualität das muss ich schon sagen von daher nicht verkehrt ja und dann sind wir schon in der Lage zu hobeln sie hat einen sehr großen ich zeige es euch einen sehr großen Hobeltisch muss ich sagen für den dicken Hobel guckt euch das an ist also kein kleiner Tisch das sind auch so Dinge die sind ein bisschen ja ärgerlich möchte ich nicht sagen aber warum wenn das neu ist ist hier die Farbe schon ab ja ist also nicht so ganz sauber lackiert zumindest von dem rot das grau ist top plus die rot Farbe ist so ein bisschen ja ich würde nicht sagen lieblos drauf gemacht aber warum blätter die da schon ab egal soll mich an der Maschine nicht stören aber wenn sie neu ist sollte das nicht sein ich messe nochmal die Platte von dieser wie dick die ist gucken wir mal wie viel Holz man da ausgegeben hat komm ich da ganz ran komm ich da ganz ran ja ok das sind 12 Millimeter 12 Millimeter dicke Platte das ist schon nicht wenig ja 12 Millimeter sie ist 30,5 breit es gehen auch wirklich 30,5 durch ja und die Länge des Tisches finde ich auch auch atemberaubend sie ist 85 cm 85 da kippt so schnell auch nichts mehr runter bei der Länge und das finde ich schon gut ja also 30,5 85 lang ist auch sehr stabil da kam ja ein bisschen wackelt es wackelt aber gut ok ja ist auch so kippelt er gar nicht weil das schöne ist ihr seht es ist auf dem Stempel gelagert und nicht wie man das von meiner Vorgängermaschine kennt auf ja Gewindestangen es ist einfach rauf und runter zu bewegen man löst hier einfach die Arretierung für ja den Stempel ja den Stempel und dann kann ich das ohne Probleme sehr leicht rauf und runter drehen ja drehe ich es wieder fest und gut ist ja hier super Skala stimmt weil wenn nicht hätte ich mich geärgert weil man kann sich nicht ändern hier ist keine Schraube die ich lösen kann und das ein bisschen hinterher verschieben die ist fest aber sie stimmt das ist auch schon mal gut nächstes Problem was mich wieder geärgert hat und deswegen habe ich nochmal bei Holzmann angerufen war dies hier ich zeig es euch da das sieht natürlich hingewuschtelt aus das habe ich gemacht da ist ein Kantenschutz drauf besser gesagt mein Nachbar hat das gemacht weil ich kann hiermit die Einzugswalze und Auszugswalze an und ausschalten ja sie läuft einmal mit und einmal läuft sie nicht jetzt zeige ich euch warum ich nehme mal diesen Kantenschutz nochmal weg so wenn ich jetzt den Hebel nach vorne mache das heißt Einzugswalze läuft und ich mache sie jetzt an hört euch das an der Hebel hat hier ein bisschen Spiel und der klopft da immer dran ja der ist fest aber hier oben hat er liegt der hier unten liegt er nicht ganz am Metall an und hier oben liegt er an dem Rand an und dann klappert der ich mache es nochmal an wenn ich es ausschalte ist es weg ja das ist auch so ein nerviger Punkt er sagt aber bei einigen ist das so das ist bei dem bekannt aber das wäre nicht dramatisch das ist auch alles fest der Hebel selber ist auch fest bloß er klappert hier oben an dem Metall an ich weiß nicht vielleicht muss er nochmal ein Stück wegfallen aber das ist ja irgendwo nicht Sinn der Sache dass ich solche Feinheiten nach arbeiten muss ja unten ist gut oben klappert der halt da habe ich jetzt einen Kantenschutz rüber gezogen oder mein Nachbar der ist Kleppner der kam auf die Idee nehmen doch einen Kantenschutz den werde ich dann nachher wieder rein prökeln also das ist so ein kleines bisschen blöd ja da macht er es da nicht da sitzt er hat er genug Platz aber nach oben klappert er ja da müsste man vielleicht nochmal gucken Holzmann da irgendwas machen könnte aber die sagten das wäre nicht schlimm das wäre nichts dramatisches also es ist auch alles fest es ist auch nichts dass ich das Gefühl habe da ist irgendwas innen drin lose das ist wirklich nur dieser Pinökel der da auf das Gehäuse wackelt durch die Vibration von der Maschine das ist ein bisschen nervig ich dachte jetzt oh Gott was ist denn los ich habe es gleich wieder ausgemacht die Welle lose wenn ich darauf kam dass dieses blöde Ding hier klappert hat es einen Moment gedauert ja also mein kleiner Klapperfreund hier ja was soll ich sagen das ist eigentlich alles so was ich euch zur Maschine sagen kann ne gar nicht wahr sie hat ein Fahrwerk was ich extra ich muss mir auch ein bisschen angucken ich muss mir auch mal so um die Ecke schieben sie hat ein Fahrwerk unten drunter vier Räder sie ist mit ihren 210 beziehungsweise wenn die lange Loch Bohrvorrichtung dran ist 310 Kilo nicht eine Maschine die man eben durch die Gegend rückt und dafür gibt es sie einmal in der Maschine der Version mit Fahreinheit und einmal ohne ich habe sie natürlich mitgenommen wegen meiner kleinen Werkstatt dass ich auch mal ein bisschen rangieren kann auch das funktioniert sehr gut ich stelle mal ein bisschen runter da könnt ihr es sehen hier sind zwei Schrauben damit blockiere ich die beiden Räder von den Vieren und dann ist sie fest wenn ich sie löse ich kann es mal machen dann kann ich die Maschine ohne Probleme dann ist sie super zu handeln und das finde ich auch nicht schlecht ja das zu meiner neuen Hubelmaschine wie gesagt warum habe ich mich jetzt für sie entschieden einmal wegen dem Winkel hinten also wegen diesem Parallelanschlag weil der nicht nach hinten so einen Arm so einen Messerschutz dran hat der hinten mir noch mehr Platz rauben würde und der Anschlag halt an der Platte befestigt ist was noch seht ihr hier diese beiden Abrichtplatten gehen in die Richtung guckt mal bei Holzmann egal bei welcher der 260er der kleinen der 310er der vierte ne die 41er ist wieder anders aber alle so die ja Maße dazwischen die 31er die 32er oder die 41er sogar auch da klappen diese Platten in diese Richtung das heißt in diese Richtung und in diese Richtung obwohl der Langlochbohrer hier ist und das hat mich genervt dann hätte ich beim Hubeln hier ist es ja jetzt bequem hier kann ich stehen kann hubeln und ich habe keine störenden Platten hier würden die Platten also hier dann noch in diese Richtung gucken wer Interesse hat guckt euch das an bevor ihr euch jetzt für den Holzmann entscheidet wohin die Platten klappen bei mir war es halt aus Platzgründen wichtig und das bot halt nur die 30,5 oder die 41er aber die wäre für mich zu groß gewesen dann hätte ich hier nicht mehr viel Platz gehabt ja alles was kaputt gehen kann so wie das hier dass man mal so einen Zacken abbricht das ist austauschbar das sind alle Schrauben die kann man lösen da seht ihr es also diese diese ja wie soll ich sagen Verzahnung wie auch immer an diesen Platten die sind dafür da dass die Maschine nicht so laut ist wenn da wenn sich also die Welle dreht kommt es ja zu Verwirbelungen von Luft und das ist dann wie so ein Pfeifen also wenn ihr Maschinen habt die das nicht haben sind die eindeutig lauter als die Maschinen die diese ja Verzahnung haben diese Zahnung weil da kommt es nicht zu solchen Pfeif Geräuschen darum sind die da drin sonst haben die keinen anderen Nährwert ja und da kann auch immer so ein Ding abbrechen weiß man nicht wie aber es soll es ja geben und da kann man sie halt austauschen sonst wie gesagt alles ziemlich robust ist jetzt also kein Plastik scheiß die Farbe die in Rot die Lackierung finde ich jetzt nicht so toll muss ich sagen die ist jetzt nicht so super aufgebracht wie die Graue die Graue ist deutlich besser die ist sauber vernünftig maschinenschlagtechnisch lackiert und das rote ich weiß ja nicht was das für Platten sind ich schätze mal Guss ich kenne mich da mit Metall nicht so aus vielleicht hält das da auch nicht so gut dran ich kann es auch nicht sagen oder ob das von diesem Fettschutz jetzt der da drauf getratscht weil irgendwie sich gelöst hat ich kann es auch nicht sagen zumindest fiel mir das auf dass hier halt schon die Farbe ab ist ja mein Fazit zu der Hobelmaschine von Holzmann 305 Pro robustes Ding großes Ding ich hätte es nicht erwartet dass sie wirklich so groß ist Verarbeitung soweit eigentlich sagen wir mal wenn ich das benoten sollte von 1 bis 6 würde sie wegen dem Klappern wegen dem Plastikteil hier was nicht durchdacht ist äh ja was würde ich da geben eine 3 würde ich sagen eine 3 was mir auch noch auffällt weil ich auch so ein bisschen auf Sicherheit bedacht bin äh ist jetzt vielleicht kein dramatisches Manko aber ich möchte es euch gerne zeigen der Schutz hier ist eingerastet das ist alles gut durchdacht wunderbar er kann also nicht von alleine hochklappen aber jetzt zeige ich es euch dann müsst ihr hier mal rum kommen da seht ihr es könnt ihr das sehen die Welle wird gar nicht ich konnte es sehen ich konnte es nicht sehen ob ihr das seht da wird nicht ganz von dem Ding abgedeckt ok da sind 5mm oder wie viel ist das ja 5mm von der Haube nicht wirklich abgedeckt ich meine das wäre jetzt ein sehr blöder Zufall dass man gerade genau da mit dem Finger rein fässt ja aber da finde ich ist die Kappe ein bisschen zu kurz aber wie gesagt es sind nur 5mm es gibt sicherlich irgendwelche Normen die willst das besagen dass das vielleicht reicht weil da rein zu kommen sehr schwierig aber wenn ich mir jetzt überlege ich bin jetzt am Langlochbohrer am arbeiten klappe das zur Seite damit ich hier mehr Platz habe und dann vielleicht doch noch an dem Futter ja kann ich auch nicht darum stellen ich weiß nicht ich weiß auch nicht vielleicht fässt man da auch nicht rein ich kann es auch nicht sagen aber das fiel mir auch gleich auf das auch auf der Seite ist das auch die Haube ist nicht so breit wie die Messerwelle ja beim Rubeln selber stört das nicht und von daher gut macht das egal sein aber ist ein bisschen ungewöhnlich vielleicht bin ich da auch ein bisschen verwöhnt mit der Metabo ja verwöhnt kann ich nicht sagen ich glaube jetzt bin ich verwöhnt das ist echt eine tolle Maschine jetzt wollen wir sie nochmal benutzen wollen wir mal ein Stück abrichten und ein bisschen hobeln mal gucken wie das Ganze so abläuft funktioniert ich mache hier eben wieder Anti-Klapper dran und dann geht es gleich weiter den Kantenschutz wieder dran gemacht damit es gleich nicht klappert und jetzt bauen wir sie nochmal um geht eigentlich recht schnell wie gesagt Schmarnhaube weg liegt auf unten deckt sie den Tisch ab nein nicht ganz dann kann man also auf die Höhe drehen das wäre bei 95 Millimeter dann wäre genau die Gummilippe auf dem Tisch dann entriegeln Tisch rumklappen zerriegeln okay anderer Tisch genauso die sind schon sehr schwer hier noch eine Sache die mir aufgefallen ist muss ich euch zeigen da ist die Anzeige für das sie viele abnimmt klappe ich den Tisch hoch und passt jetzt vielleicht nicht so wirklich hier auf steht da eine nicht gerade und Spitze Spitze raus möchte ich sagen da könnte man sich am Arm verletzen ja obwohl es ist zwar die Kappe da drüber also die Kappe steht weiter raus aber wenn man ja zufällig hier immer mit dem Arm dran lacken ratscht glaube ich hat man da auch ganz schnell eine Macke drin ok zurückklappen verriegeln Anschlag drauf wo ich wirklich sagen muss das jetzt schon fast zu schwer ist für das dauernd raus und raus und ab gereiße aber ich wollte es ja so haben deswegen habe ich es hier gekauft um einfach diesen Platzmangel ein bisschen ja zu sparen oder halt ein bisschen mehr Platz zu haben ja dann noch den Messerschutz und los kann es gehen halt gar nicht wahr Absaugung noch am Anschließen los geht's ich richte einfach mal ein Stück ab und dann gucken wir uns das Ergebnis an hab ich da noch was 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 Schätzchen nehmen ok nehmen wir hier habe ich noch ein Stück Esche stehen ok los geht's also es ist schon ein geiles Gefühl so ein großes langes Stück Holz ja komplett auf die Arbeitsfläche legen zu können wir haben jetzt hier eine einseitige Tischlänge von 75 cm und das ist schon nicht schlecht ok fangen wir an hier ist auch sehr leise sehr schön keine Hubeldellen auch hier am Ende nicht und da auch nicht das jetzt bei fast drei Millimeter ja auch das finde ich schön sie steht innerhalb von zehn Sekunden ist in Deutschland ja Vorschrift da ist Holzbearbeitungsmaschinen nach zehn also innerhalb von zehn Sekunden stehen müssen und auch das tut sie ja es ist noch ein bisschen stur zu schieben weil die ganzen Platten noch ziemlich ölig sind ich will mal ein bisschen weniger abnehmen ja ein Millimeter so und jetzt gucken wir uns mal den Winkel an ja Leute ne perfekt da ist alles Winkel was Winkel sein muss sehr schönes Hobelbild fast keine Hobelschläge zu sehen also Messer bei vier Messern in der Welle wird es doch schwierig wir haben ein richtig saures Hobelbild jetzt alleine schon beim Abrichten muss ich mal so sagen ja nach dem Abrichten liegt es komplett plan auf nirgendswo kippelt also sehr gutes Abrichtergebnis muss ich sagen das hätte ich mit meiner anderen nicht besser hinbekommen und von der her von der Maschine und das Geld darf man das auch verlangen ok bauen wir nochmal um zum dicken Hobel und schieben das Brett nochmal durch ist halt natürlich ein bisschen mehr Arbeit aber ist halt so ja was soll ich sagen obwohl es heißt Holzmann ist ja keine gute Maschine Holzmann ist nicht so qualitativ Holzmann ist Holzmann ist sicherlich wird das irgendwo im Ausland gebaut das will ich nicht sagen wenn man sich mal die Maschinen von die Bernardo anguckt oder Bernardo die sind genauso das ist dieselbe Maschine bloß halt das unten nicht Holzmann dran steht sondern der Bernardo und alles was rotes ist der blau von daher kann das nicht so schlecht sein wenn viele Firmen auf ein Modell zurückgreifen wo die gebaut wird mir egal was ich jetzt hier in der Werkstatt stehen habe ist ein robustes aus Guss beziehungsweise Eisen eine schöne Maschine bis auf Kleinigkeiten die ich gerade genannt habe wo man Verbesserungsvorschläge machen könnte denkt an die Haube von der äh vom Bohrfutter beziehungsweise das Klappern da vielleicht ist das auch nur zufällig jetzt bei meiner Maschine dass sie jetzt klappert und bei anderen Maschinen nicht wenn ihr so eine Maschine habt berichtet mir mal ob eure da auch klappert den Anschlag finde ich optimal gut richtig gut ist aber auch leider das heißt leider er ist schwer er ist schwer aber gut da ist man ja bei ich hätte mir ja auch die 31er nehmen können da hätte ich jetzt dann halt nicht den Anschlag abnehmen müssen so nur guckt euch mal das Absaugbild an das finde ich jetzt nicht so gut aber vielleicht kommt das wegen der fehlenden Gummilippe da ist noch einiges an Späne drin da hinten sieht man ganz gut wie die Gummilippe die Späne aufhängt aufhängt aufhält auffängt wie auch immer und ja vielleicht wäre das Bild einfach besser wenn hier auch die Gummilippe wäre der Raum kleiner ist zum Absaugen aber das geht ja leider nicht naja oder ich bin zu blöd dann schreibt mir bitte drunter was ich da falsch gemacht habe man weiß ja nie vielleicht habe ich einfach nur einen Denkfehler drin gut hier kann man es gut sehen hier hat also die Gummilippe ihre Arbeit wohl echt getan hält wirklich den Staub zurück oder in diesen Bereich fest und das soll wahrscheinlich auch die Gummilippe auf der anderen Seite auch machen von daher ist das vielleicht gar nicht mal falsch durchdacht aber irgendwie funktioniert das ja nicht mit meinem Schlauch gut vielleicht ist das ja auch so gedacht von Holzmann dass man immer zwei Schläuche fest montiert hat ich weiß es ja nicht dass hier eine Absaugung dran ist und da immer fix und fertig und dass das dann vielleicht da irgendwie aneinander vorbei läuft aber ich kann es euch nicht sagen vielleicht weiß es ja jemand von euch gut wir haben umgebaut auf abrichten ich hole euch mal rüber jetzt geht es durch die Fressluge da rein hier ist nochmal der Notknopf hier kann ich wenn was ist nochmal draufhauen und wir wollen mal gucken natürlich jetzt Späne drin und der Tisch ist auch noch sehr stumpf muss ich dazu sagen von dem eingefetteten Zeug was man da erstmal runter haben muss so dann wollen wir mal gucken wir haben hier 39 ich stelle jetzt mal nach Skala 38 an so also ein Millimeter Abnahme so So, 38. Soll ich sagen, 38 passt genau. Ihr hört auch, sie ist nicht mal sehr laut, sie ist sehr leise. Und sie zieht zügig gut durch, ich meine 8 Meter, 8 Meter hoch. Spannende Jusie Cup. Soll ich jetzt mal die Schwarzbäcke. Soll ich alle schauen, wie die Schwarzbäcke wird. Soll ich jetzt nicht so gut, wie ich jetzt ein paar Stundenrische. Ja, auf das Hobel hin gefällt mir. Sehr saures Hobelbild. Kann da wirklich nichts zu sagen. Ja, also super Hobel-Ergebnis. Keine Einschläge. Ja, Einschläge sag ich schon. Am Ende und vorne. Ihr kennt das so, hättet ihr aber auch gehört. Alles eine ebene Fläche. Hier keine. Oh, da ein bisschen. Tatsache. Da. Da nicht. Gut, wieder Einstellungssache. Hier ist nämlich gut. Okay. Oh, ich habe nicht aufgepasst hinten am Ende. Ja. Somit, was soll ich sagen. Holzmann bei mir das erste Mal in der Werkstatt. Selbst gekauft, nicht gesponsert. Habe mich dafür entschieden. Habe gehört, warum. Und ich freue mich schon auf schönes Zusammenarbeiten mit der Maschine. Ich glaube, es wird richtig Spaß machen. Sie hat einen schönen, großen, breiten Tisch. Und sie ist wirklich robust und stabil. Sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Und ich glaube, da werde ich noch mal eine Freude dran haben. Ja, wie gesagt, ist alles ein bisschen Einstellerei. Um 11 ist sie gekommen. Um halb acht war ich fertig mit allem. Und das ist schon nicht wenig. Das ist schon eine Menge an Zeit, die man da investieren muss, damit das ganze Ding vernünftig läuft. Ich habe euch alles gezeigt, ob man abschrauben kann, draufschrauben kann. Habe ich gemacht. Ja. Ich zeige euch noch mal ganz kurz. Die technischen Sachen lese ich euch vor. Es gibt ja welche, die wollen das immer gerne wissen. Ist ja auch wichtig sowas. Da ist es schon. So, einmal gibt es sie auf 230 Volt und 400. 400 ist also dieses Modell, was ich hier besitze, hat da eine Motorleistung von 2,6 kW. Also die mag ein bisschen was. Die Hobelwelle ist im Durchmesser 74 cm. Hat vier Messer. Keine Einmalmesser, also nur Messer, die man schärfen muss und dann jedes Mal halt einstellen muss. Eine Länge von 30,5 und das ist auch beim Hobeln der Fall. Jetzt gucke ich gerade. Ja, das stimmt. Die sind sogar. Ja, 30,5 Hobelbreite möglich. Drehzahl, wenn es jemand interessiert, sind 3.450 pro Minute. Gewicht, hier steht es nochmal, 258 Kilo. Auf dem großen Karton steht immer von 310. Also 258 Kilo, die reine nackte Maschine. Sie ist sehr leise, finde ich. Sie hat 93 Dezibel. Ja, das kommt auch an, ob man hobelt oder abrichtet, sehe ich hier gerade. Also 93 Dezibel beim Hobeln und 87,3 beim Abrichten. Tischgröße, habe ich gesagt, ist 1,52 x 35, weil da sind ja noch so zwei Ecken drin. Also man hat einen ziemlich breiten Tisch, finde ich sehr gut. Die Tischhöhe selber ist bei 90,1, also sie ist ziemlich hoch, kommt aber auch durch die Räder. Die Räder sind auch noch so ein Stück an Höhe, was dazu kommt. Maximale Hobelbreite, habe ich gesagt, 30,5. Der Winkelanschlag ist dafür 1,10 Meter lang. Das ist top. Ja, schwenkbar in den Bereichen von 90 bis 45. Maximale Spanabnahme beim Abrichten 4 Millimeter. Dicken Hobel, den Tisch habe ich gezeigt, 85 Zentimeter. Das ist schon ein ganzes Stück. 85 Zentimeter. Breite 32, da kommt der rechts und links dieser Falz, so dass wir komplett 30,5 haben. Das kleinste, was er abrichten kann, also das dünnste Werkstück, sind 3 Millimeter. Das ist schon nicht schlecht. Maximale Spanabnahme beim Hobeln sind 5 Millimeter. Das ist auch schon gut. Ja, Vorschubgeschwindigkeit, hier haben wir 6,7 Meter pro Minute und der Absaugstutzen ist 100 Millimeter. Ja, Langlochbohrvorrichtung, hier nochmal, ich habe sie, darum erwähne ich das nochmal, Tischgröße ist 37 mal, das passt aber nicht, das passt aber nicht, das passt aber nicht, das passt aber nicht. Hier steht was von 150 Millimeter und meine Tischbreite ist jetzt schon bei 230 und die Länge, doch die Länge, ne ist auch länger. Hier steht es in Länge von 36,5 und mein Tisch, den ich hier habe, ist genau 40 Zentimeter, okay, die Maße stimmen also nicht. Maximale Bohrweite steht hier 140 drin und Höhenverstellung 75 Millimeter. Ja, das stimmt aber alles nicht, das ist viel mehr. Dann ist das vielleicht ein anderer Tisch, den sie mir hinzugeschickt haben oder so, ich weiß es nicht, aber ich kann hier mehr als 75 Millimeter rauf und runter drehen. Er ist auch schon größer, als wie es in der Anleitung steht. Ja, das soll ich sagen. Die üblichen Bestimmungen, die hier alle drin stehen, ja, was nicht tun und wenn wohl, dann dies und, na, Stecker rausziehen bei Arbeiten am Messer und, und, und. Kennen wir, ja. Ja. Ich muss, nicht wundern, Werbevideo oben in die Ecke schreiben, weil ich jetzt über 90 Sekunden über ein Produkt gesprochen habe. Ich werbe hier nicht für Holzmann, ich werbe für die Maschine, ist zwar quasi für Holzmann, aber nicht irgendwie im Namen für Holzmann, das mache ich für mich, um meine Maschine euch vorzustellen und sie hat halt einen Namen und den muss ich halt nennen, ja. Also nicht wundern, wenn da irgendwo Werbevideo steht, es kommt nicht gesponsert von Holzmann, ich habe sie selbst für mich voll bezahlt und also kein Sponsoring von Holzmann. Ja, das dazu. Wie gesagt, von einer Note von 1 bis 6 wird sie jetzt bei mir eine 2,5 kriegen, hinsichtlich diesen ganzen Macken, aber das Hubelbild hat mich überzeugt, dass sie so schön leise ist, hat mich überzeugt. Der Tisch dazu hat mich sehr überzeugt, äh, sehr überzeugt, der wirklich robust ist und da nicht irgendwie so ein billiger Wackelkram davor geschraubt wird. Ja, das, was mich nicht überzeugt hat, habt ihr gesehen, ist dieses Klapperding da, vielleicht ist es auch nur bei meinem Gerät zufällig so, und die Ein- und Ausschaltknöpfe in Verbindung mit dem Bohrfutter, wo man sich leicht dran verletzen kann, ja. Da müsste man vielleicht nochmal dran arbeiten. Und diese Gummilippe. Vielleicht weiß ja jemand, wie das funktioniert, vielleicht bin ich auch wieder nur zu blöd, das Ding da dran zu schrauben, äh, aber nach meinen hin und her Gedenken und mit Telefonieren von Holzmann, die gesagt haben, das geht, das geht aber nicht, ja. Ja, oder sie wollen wirklich so, dass dieser Schlauch immer dieser Gummi, die Gummilippe wegdrückt, aber das, finde ich, kann ja nicht der Sinn sein, wenn ich jedes Mal hier die Gummilippe eindrücken muss, ja. Selbst dann geht es noch sehr stramm drauf. Ja. Ich freue mich mit dem Ding zu arbeiten, leider habe ich mal die Treppe schon fertig und die nächste kommt erst in zwei, drei Monaten, die ist schon in Planung, aber das dauert noch, erst nach dem Urlaub. Also so richtig schönes Stück Holz werde ich wohl erst wieder in ein, zwei Monaten hobeln, ja. So den Langlochbohrer bin ich gespannt, Fräse habe ich mir bestellt, die habe ich ja alles noch nicht gehabt. Boah, ich schwitze, hier ist eine Hitze drin. Ähm, mal ein paar Zapfenfräsen, das geht da ja alles mit. Da bin ich gespannt, da werdet ihr dabei sein und, ja, was soll ich sagen, das war's. Ende im Gelände, aus die Maus, abschalten, nicht vergessen. H, O, B, 30 5 Pro von Holzmann. Für mich eine Note von 2,5 mit Kleinigkeiten, die verbesserungswürdig sind. Und, ja, wie gesagt, nicht vergessen, abschalten, tschüss, bis zum nächsten Mal.